Die Prokuristin der Damen der Messe ist hier bei mir, Margit Hinterholzer. Die 59. Herbstmesse in Damen wurde soeben eröffnet. Wie ist das Feeling jetzt bei dir? Ausgezeichnet. Ich fühle mich so unglaublich glücklich und im Namen des gesamten Messeteams dürfen wir uns auf fünf tolle Messetage freuen. Die Aussteller haben sich wirklich ins Zeug gelegt. Es wird eine tolle Präsentation aller Neuheiten. Aus allen Bereichen des Lebens. Und vor allem hier befinden wir uns in der Sonderschau Holz und Käse. Alleine die ersten Rückmeldungen zeigen, wie begeisternd dieses Thema hier aufbereitet wurde. Großes Dankeschön und Kompliment hier auch an unsere Partner von der Landwirtschaftskammer, vom Land Vorarlberg und auch vom Ländle Marketing. Minister Badenstein hat es sich nicht nehmen lassen, vorbeizuschauen bei der Messe nicht zum ersten Mal. Warum schaut der Wirtschaftsminister so gerne vorbei bei uns im Ländle? Aus seinen Worten entnehme ich, dass er sich bei uns besonders wohl fühlt. Und ich weiß auch, dass er wirklich sehr viel auf anderen österreichischen Messen unterwegs ist. Aber solche Anstrengungen für die Besucher, für die 90.000 erwarteten Gäste werden wirklich nur hier unternommen. Die Saisons schauen sind sensationell. Oder auch das neue Arbeiterkammer Kulturcafé. Aber auch wie die Lehrlinge im Einsatz sind und wie sie hier zeigen, wie ein Passivhaus gebaut wird, das begeistert uns. Aber das begeistert auch in Wien und deshalb ist Martin Badenstein hier. Und wir freuen uns, dass wir einen ausgedehnten Messe-Rundgang machen können. Und wir freuen uns, dass wir einen Ausgleich-Rundgang machen können. Und wir freuen uns, dass wir einen Ausgleich-Rundgang machen können. Und wir freuen uns, dass wir einen Ausgleich-Rundgang machen können. Und wir freuen uns, dass wir einen Ausgleich-Rundgang machen können.